Willkommen zurück zu Dark Side of Seen, dem fünften Might of Magic und mit unserem leicht wahnsinnigen, leicht wahnsinnigen Punktgenott, dem Halb-Org-Paladin. Er ist männlich, oder... Ja, er ist nur männlich, genau. Ja, wir haben ein paar Skelette geklatscht, ne, Mumien haben wir hier geklatscht im schönen Necropolis. Darum steht es, genau. Ich hatte überlegt, aber darum steht der Name. Einfach lesen. Wer lesen kann, ist ziemlich vorteilhaft. Ja, wir haben auch jede Menge von diesen einschläfernden, stinkenden Lichen wieder am Start. Sehr angenehm. Sollte mal schauen, ob hier was Sinnvolles drin ist. Wobei ich überlege, soll ich das wirklich machen, oder soll ich da auf sie warten? Ähm, ich kann es hier mal... Moment, ich notiere das mal. Das heißt... Das heißt, das heißt, das heißt... Moment... Ähm... Ja, brauche ich mal eine neue Seite. Schreibe ich mal auf, wo was war. Ah, ich habe doch irgendwo noch aufgeschrieben, dass wir auch... Ach, da ist es. Hast du hier ein Tower plus ein Level? Ach, das haben wir schon alles gemacht. Das kann mal durchgestrichen werden. Da habe ich da irgendwelche Rätselchen aufgeschrieben. Das ist ja ziemlich doof. Ähm, ich brauche eine neue Xen-Seite. Äh, das hier. Das bietet sich an. Also... Ähm... Necropolis... Ähm... Särge... Huch... Plündern. Also eigentlich requerieren. Wir nehmen ja, wir leihen, wir borgen. Aber was wir ganz sicher nicht tun, ist... Wir looten. Aber looten... Tun wir ganz sicher nicht hier. Das, äh... Überlassen wir mal den Idioten. Die können mal looten, wenn sie da Bock drauf haben. Oder... Lootenfrei... Was? Na, was weiß ich. So, hier geht's wieder runter. Und da ist noch mehr von diesen Viechern wahrscheinlich. Aber schade, dass es keine Vampire gibt. Also, nicht im Spiel. Also, generell meine ich. Sondern nur im Spiel. Ja, your game 18 has been saved. Warum heißt das 18? Ich hab mal geschaut. Die letzte Folge war Nummer 17. Ich hab da jetzt die Reihenfolge durcheinander gebracht. Aber ich... Glaube nicht. Ja, das ist Folge 18. Willkommen zur Folge 18. So. Ja, die können nicht einschläfern. Deswegen... Boah, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Über das hier schön... Gesevesgammt. Ja, dass ich, äh... Dass ich... Naja... Kein Problem krieg. Moment. Wer... Hm... Muss ich da runter? Wie Lebensenergie hab ich denn? Äh, fast 1000. Das reicht. Aber ich kann mal das Licht anmachen. Ah, okay. Jetzt wird's witzig, oder? What? Ähm... Ah, Schutz vor Feuer. Day of Protection. Haben wir da nicht ein Gegenstand? Ähm... Nein. Okay. Ich zauber's mal. Und wenn's nicht funktioniert... Ah, Day of Protection kann mich levitieren lassen. Ähm... Ähm... Wir versuchen erstmal das eine. Und wenn das nicht funktioniert, probieren wir das andere. Gut. Du hast nur einen Edelstein geschenkt. Feuer. Wenn's nicht funktioniert, haben wir immer noch eine... Alternative. Beziehungsweise wir können auch... Ah, wir haben eine Scorching Belt an. Also wir haben Abwehrwerte von... 110 plus... Plus 50. 160. So. 973. 973. Perfekt. Ich hoffe mal die... Die Rüstung geht nicht kaputt. Was bist du? Ein Lava-Käfer. Roach. Fuck Roach. Hier geht's mal heiß her. Wir sind zuerst dran. Einschlag tötet. Das gefällt. Splint-Mail. Rüstungen haben wir schon so lange nicht mehr gefunden, ne? Muss ich nur auf die Uhrzeit achten. Ja, genau. Drei Uhr morgens. Hm... Wissen wir, es geht noch, ne? 120 Schritte kann ich dann sozusagen noch gehen. Oder 109... Ja, wieder einen Schritt weniger. Na gut. Ähm... Asana der Barrel sagt... Food for the dead. Keep warm. Oh. Nix. Hat 5 Punkte Schaden gemacht. Das ist natürlich ein... Lechter Witz. Ja, wir haben noch... 1,5 Stunden Zeit. Ich warte, hier gibt's noch einen Ambush. Äh... Andere Stunden noch. Was ist das? Sandros Herz. Herz. Ah... Ja, 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 ja. Das ist eine Aufgabe. Oben hockt doch der Sandro in seinem... In seinem schicken Turm. Also machen wir das zuerst, oder? Ich glaube, oben sitzt er in seinem Thron. Wenn ich mich... Wenn ich mich recht entsinne. Ist das nicht der Sandro hier, der jetzt unsere Hilfe, unserer Hilfe bedarf? Und dann kriegen wir die Statuette? Wir versuchen's mal. Sandro der Licht. Genau. Ich bin Sandro, der größte Sorcerer, der in der Szene zu leben. Viele Jahre vorhin habe ich mein Herz von meinem Körper in einem magischen Ritual gebrochen lassen. Ja, er ist Sandro, der krasseste Zauber hier, wo es gibt. Und vor vielen Jahren hat er sein Herz von seinem Körper in einem magischen Ritual getrennt, um den Tod zu besiegen. Er ist ein Licht und lebt immer noch. Es funktioniert. Ja, leider hat's nicht ganz funktioniert. Er ist nicht ganz lebendig. Und er ist ein böses Monster. Du musst die sterblichen töten, um am Leben zu bleiben. So ein bisschen... Ja, so ein pure Ding, ne? If you can retrieve my heart from the sewers below here, I will finally be released from this unlife. And you may have the statuette sitting in the alcove in my house. My room is sauber. Also wenn ich das Herz finde unten in der... In der Kanalisation, dann bekomme ich die statuette, die hier nebendran in so einer alcove sitzt. Was ist eigentlich das Wort für alcove? Nische, ne? Ne kleine Ausbuchtung halt in der Wand. Kennst du das auch bei Grimrock. And now my hunger for the living compels me to attack you. Schlecht. Sandro. Bitte nicht einschläfern, Sandro. Oje. Krasser kann ich eigentlich nicht werden. Komm, einen Schlag noch. Sauber. Und 100 Dickelsteine. Perfekt. Also den hab ich mal aufs Maul gehauen. Ja, aber ich hab doch dein Herz am Start. Danke für mein Herz. Ich bin frei von diesem Leben. Du bist willkommen zu den Schäden in diesem Raum, als auch dieser Schlag hier. Es öffnet den Weg zu meinem alten Haus, auf der anderen Seite. A place now called the Dungeon of Death. The Dungeon of Death? What? Blablabla defeated. 200.000 Erfahrungspunkte. Shit. Jetzt hab ich wegen der Karte was weggeklickt. Das war natürlich clever. 2 Millionen Erfahrungspunkte hab ich jetzt gerade bekommen. So, wo ist der Dungeon of Death? Auf der anderen Seite. Welche andere Seite? Reden aber nicht von Vierer, oder? Das ist ja keine Verbindung zu Clouds of Siehen. Da gab's aber, glaub ich, relativ am Anfang, im Sumpf oder so. Oder in der Nähe der Startstadt irgendwo, im Wald und Sumpf. Da gab's, glaub ich, ein Dungeon of Death. Key to Dungeon of Death. Aber das kann doch nicht sein. Moment, das kann nicht sein. Das ist ja ein reines Darkseid 5. Am Anfang hab ich's ja mal vorgelesen. Die Vereinigung, das Ritual der Vereinigung, oder wie auch immer. Das heißt ja quasi, man kann aus Vier und Fünf, aus Clouds und Darkseid, kann man World of Siehen machen. Was ich aber immer ein bisschen simpel fand. Weil das hier ist halt, man merkt's ja, man kriegt ja hart auf's Maul. Wenn ich jetzt aber schon, weiß ich nicht, 50 Level weiter wäre, weil ich schon, wie sag ich mal, 30 Level weiter wäre, weil ich schon so viel Kleinvieh in Clouds of Siehen platt gemacht hab, was ja das einfachere Spiel ist, im Vergleich. Ähm. Ähm. Ja, dann wär das auf jeden Fall super simpel. Golden Gryphon Statuette. Was haben wir jetzt alles? Ich glaube, ähm, Gegenstände, Questgegenstände. Ich glaub, wir haben schon zwei, oder? Golden Dragon Statuette, Golden Gryphon. Satuette Gryphon, warum? Weil's mir noch aus dem Gryphon Pass gibt. Den Greifen Pass. Drache Greif. Oh, wir haben noch zwei Mongamelonen. Hehehe, ein Schelm, wer Böses denkt. Scorching Splintmail, ja das wär natürlich eigentlich Quatsch. Aber hierfür ganz günstig. So, jetzt mal ne blöde Frage, wo ist denn dieses Dungeon of Death? Auf der anderen Seite. Habt ihr getrunken? Habt ihr getrunken? Und mir macht das immer noch ein bisschen unbehagen, dass ich, dass ich immer noch wahnsinnig bin. Die Frage ist auch, wie, wie lang geht das gut? Und ne andere Frage ist, soll ich mal g'schwind 20 Edelsteine opfern? Ah, muss ich gar nicht. Obwohl... Moment. Wir machen einfach mal nen Trick. Ich mach jetzt nen Hacke-Trick. Weil das mit diesem Wahnsinn, das find ich nicht gut. Andererseits überleg ich, ob ich nicht erst... Ach komm, was soll das? Was soll das? Wir... Wir hauen hier ab. Ich muss die echt mal sinnvoll ersetzen, aber... Dann kostet das auch wieder ne Ladung. Und ehrlich gesagt hab ich die Ladung nicht. Beziehungsweise keinen Bock. Wollen wir wieder mal so'n Aufladegerät? Mein Gott. Ein Ladegerät? Wo, ähm... Achja, das mach ich vielleicht zuerst. So, jetzt ist... Morgan has broken. Ja, das ist halt schlecht. Moment. 1500. Junge, Junge, Junge. Dann heilen wir uns erstmal hoch. Nature's Cure. Genau. Zumindest das. Vielleicht ist es dann ein bisschen günstiger. Aber Wahnsinn zu heilen ist offenbar wahnsinnig teuer. Und ich frag mich auch, wie wir nach... Äh, in den Olymp kommen. Wir waren ja in der Wolkenstadt schonmal. In der Wolkenstadt eben nicht. Wir waren auf der Wolkenstraße. Und da haben wir die... Nördlich von Schlossblick hatten wir ja gesehen einen... Sogenannten... Irgendwie lebensabend. Wie hab ich denn? What? 1350. Und unseren... Ohne unseren Kittel haben wir nur 1300. Aber das reicht ja. Ich muss auch gleich mal gucken, ob die... Ob die Holde hier ist. Kann ich dir helfen? Ja, okay. Das ganze Heilen hätte die... 500 extra ausgemacht. Ah, jetzt will sie mich nochmal heilen für 500. Die will mir ein... Fufi an Lebensenergie will sie mir für... Also das ist ja... Das ist ja wieder typisch, oder? Also für meine... Also für meine... Also mich kostet es 12... Magiepunkte, um mich zu heilen. Und sie will dafür 500 haben. Ist die fertig? So. Ja, ja. Safe with you. Schon klar, Chef. Sag mal nichts. Äh... Wir können auf... Aber wo können wir denn... Wo können wir denn trainieren? Wir müssen doch in den Olymp latschen. In Lakeside ist nichts mehr. Äh... Wo können wir denn... Wie komme ich denn da hoch? In diese komische Wolkenstadt? Wie läuft das? 113.000, ja. Und ich habe noch kein Geld bekommen. Was soll das denn? Ich wollte doch die Edelsteine... Was hab ich denn gemacht? Hab ich gerade Gold eingelagert? Wahrscheinlich, ne? So. Ähm... Äh... Ich würde sagen wir... Halt mal 100.000... Und 500... Diamanten? Quatsch. Edelsteine. Diamanten wäre... Ne, leider nicht gut. Weil bringt nichts. So. Ich brauche was zum Aufladen. Ich zieh mal gleich. Toxiclouds. Mystic Pyrrack. Ja, aber Waffen brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht gucken. Eine Burning-Clop. Alles nett. Aber irgendwie nett das, was ich will. Wir könnten... Was ist das? Genau. Ist sie hier? Hallo und gute Glück. Sie müsste auch hier sein, ne? Die kann ich ja von überall abgreifen. Tatsach. Die ist weg. Okay. Okay. Die ist tatsächlich in... In Sandcaster. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ähm... Ich kann immer noch nicht über die Berge laufen. Das ist natürlich, ähm... Das ist natürlich nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Muss ich hier irgendwas... ...machen? Wo gibt es jemanden, der mir das Berg... ...das Klettern beibringen kann? Dann... Ah, Moment. Hier gab es auch mal den Kollegen, der für Tausende eine... ...Dings verkauft. Freund, ich habe ein Geld für dich. Für nur 1.000 Gold, ich werde dir das secret treasure map. Ich habe es durch meine Reise auf Darkseid. Nur einer seiner Kindheit. Was sagst du? Also er will mir für Tausende eine geheime Schatzkarte anbieten... ...eine... ...die er auf seinen Reisen durch Darkseid gefunden hat. Einzigartig. Ja, ne. Wenn es einsicherlich ist, nehme ich sie. Fake Map. Assign Reads out to lunch. Mieser Hund. Monsters can't count. Äh, ja. Könnt's mal gucken. Nicht, dass da... I want to learn the ways of the woods. Ja, ja. Äh, zack. Da habe ich mich in Fragezeichen-Speicherschnitt abge... Henning has a great Fontness for Boots. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bondness würde ich jetzt nicht nennen. Aber... Ja. The Moon are not the Lions. Passage to the Clouds is unavailable. Genau. Kartografie 14. Mann, was drehen die immer für Scheiße an? Und der unten hat mir nur Kartografie... Ne, was... Was konnte ich noch mal? So, das war das Kartografie-Rätsel, der Test, ne? Es ist immer ein Pfeil, zu sehen, other skilled Kartografere. Ja, wo man sich am Anfang mal fett Erfahrungspunkte holt. Ja, ja. Jetzt angefangen, der 1. Ist auch schon ein paar Tage her, muss ich sagen. Das ist ja Folge 18, dann ist das Ganze neun Wochen her. Also fast zwei Monate, müsste das sein. Ähm... Ja, nett. Jetzt mal gucken. Oh! Jetzt kommt's... Jetzt gibt's aufs Maul. Ähm... Doch. Mir jetzt wurscht. Jetzt hau ich sie alle weg. Überlegen. Hirn anstrengen. 55 Magi-Resistenz. Die holen wir uns noch. Die... Die hol ich mir. Sonst krieg ich hier wahrscheinlich zu hart auf die Schnute. So, wie spät ist es? Es ist 8 Uhr morgens. Das ist schlecht. Das ist... Zumindest aber nicht gut. Moment, wie... Town Portal. Nicht doof? Ach ne, halt. Das ist doch... Das frisst ein bisschen viel, ne? Ja, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Genau. Erst Town Portal und dann... Naja, 5 Stück. Komm. Genau. Olympus. Das, äh... Da könnte ich mich mal hinzaubern. Das wäre eine Idee. Aber komme ich dann nur zu diesem... Zu dieser Passage und lande ich in den Wolken? Muss ich vorher levitieren? Also... Day of Sorcery zaubern. Dass sie nicht abschmieren. Man fragt es sich. Ja... Man fragt es sich. Okay, Sandcaster. Erstmal zum Sandkasten. Denn... Ich habe... Ich habe große Pläne. Passt euch ganz gut. So, ich muss... Es ist 1 Uhr Mittag. Was ich hier tue, ist... Ich, ähm... Lasse die Zeit voranschreiten. Perfekt? Naja, nicht perfekt, aber... Nah herzu, würde ich sagen. So... Wasser wandeln. Ja, ist okay. Kannst ruhig, äh... Muss nicht so viele... Speichern. So, 50 Magieresistenz. Ich muss gerade davon reden, von nicht so viel Speichern, oder? Ja, ja. Ich habe das Kicher schon gehört. Town Portal. Castle View. Sauber. Jetzt gibt's auf... Die Schnute. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ja, man kann sich ja denken, was ich machen möchte. Ich will endlich meiner Schmach... entgehen. Und, ähm... Oh. Wie hast du eine Schlüssel bekommen? Okay, geh in. So. Weiter geht's. Was ich immer so sagen, nach einer Pause. So ist es einfach. Ja. Die... Schmach... Der... Vermöbelt worden Seierung... Durch, ähm... Diese Lappen hier. Diese Lappenkleriker. Problem ist... Hier habe ich keine Möglichkeit auszuweichen. Also ich muss sie einfach so weg klatschen. So, wir haben 1400. 1400. Da geht noch mehr. So, erstmal hochreilen. 1450 ist max, oder? Oh, 1480. Klar, wir haben jetzt noch drei Level mit dazu. Ja, wir haben noch eine ganze Weile... den Bonus hier. Was könnte man zaubern? Der Protection... Nein. Ja, wenn so ein Elektroaffe dabei ist, vielleicht... Ja, vielleicht. Elektro... Ähm... Heroism weiß ich gar nicht, ob wir sowas zaubern sollen. ... 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 wahrscheinlich ist elektro elektroniker elektroniker die hauen ja so übel rein ich kann ja so nie wieder raus machen wir denn ich muss auch mit der maus nicht machen das mache ich kann ich fliehen das ist jetzt nicht wahr oder wenn da so was wie verdammt werden zauber wieso sind denn alle schon da die vöglein sind schon da alle vöglein alle ist mal schauen ob ich wirklich elektroniker oder ob das alles ja ich glaube ich kann zwei von den alle machen sich das richtig dann muss ich mit power hochheilen und ich kann nicht fliehen fliehen wäre nicht super müssen wir mal testen aber das ist doch abartig oder 1400 sind noch 1000 26 das ist echt abartig ich glaube kaum dass ich da großartig dagegen halten kann mit power cure aber ich versuche es natürlich zweimal kann ich das zaubern keine chance also rein rennen und versuchen zu fliehen das ist vielleicht die beste variante dann kommen wir irgendwo anders in dem level raus können sie uns einzeln schnappen wir suchen und jeder sagt nein ich bin sogar woanders gelandet sich das richtig der karte oben wird irgendwo anders gekommen ja jetzt stehe woanders ich stehe im eingang was war das denn ach ja ich komme von denen nicht weg musste kaputt klatschen muss ich da als einzelner kriegst du hier so hart aufs maul aber ich kann halt nicht weg was gibt time distortion man kann doch die zeit das ist doch jetzt nicht wahr oder muss ich mit level 100 hier hinkommen dass ich ein paar und was kann ich da machen was ist die was ist eine möglichkeit wenigstens mit power cure kann ich arbeiten das heißt ich hau so viele weg wie geht bis ich im roten bereich bin und dann versuche ich gegen zu halten und hoffe dass ich da wahnsinnig viel bekomme ich bekomme ja mindestens 100 treffer punkte aber maximum weiß ich zwei bis zwölf oder so drei drei vier fünf versuchen dass da möglichst viel daraus kommt hat nicht gereicht wie sonst wenn die nicht viel energie hätten und sie sofort einen löffel abgeben davon kann ich eine 3er batterie entfernen ja ich finde das besser ne feuerwelle feuerwelle marsch ich komme ran du affe ins gesicht nahe nur waffen ohne ende ok ist gut ist gut ist gut was geht ja ring belt belt ich kann nicht so viel tragen hab ich euch ihr kleinen miesen ratten feuerwelle ok feuerwelle war der trick kann man gleich mehrere auf einen schlag aus rocken deswegen meinte ich ja mit etwas das quasi alles ach moon ray wäre auch eine möglichkeit gewesen nicht allen schaden genommen wäre selber geheilt worden idiot moon ray aber geht das im gebäude ich glaube schon das sind allen schadet allen heilt mich dann gegen das natürlich perfekt ja bis zum ersten mal gucken ok jetzt auf ins ins lustige inventar auch gottchen silbermall, silbermall, toxic pike, iron wagazashi gold pieke, ja, toxic flamberg, schade nichts gutes dabei thermal pieke allerdings ist ganz gut oder? thermal energie war das doch oder? naja plus 15 aber es hat energie, dagegen können sie sich nicht gut wehren, die gegners freezing gauntlets, flashing, was sind flashing, also elektro ne? flashing, flashing plate armor ne elektro, na gut äh, ja defender belt, defender belt ist gar nicht mal so schlecht, wieviel bringt es sind, ähm, ist rüstungsklasse, ne? defender, wir schauen mal äh, armor class, defender plus 6, absoluter Schraut aber die sind generell schlecht, oder? divine, ok, 16, stealth, plus 10, joa da ist aber, glaube ich, ist der speed besser? wahrscheinlich, ne? man ist eher dran und hat nicht ganz so viel rüstungsklasse, aber, naja, hat zumindest mehrere boni ok das, ähm, das hat sich gelohnt ja, jetzt ein explodierender Knochen, sofort tot und ne box noch mal gefunden sehr gut, jetzt sind wir voll daily songs, oder die 10, oh, sehr schön, sehr schön ähm, kann ich nie tauschen? ne, ne? hm monster ID, ja noch ein feuerball also ich sag mal, wenn jetzt noch so ein 3er-Truppe kommt ah, da ist doch der, der gefangene nicht wirklich, oder? ok 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 und ich hoffe mal, dass sie alle davon vernichtet werden tschüss alter, hier gehts grad weiter, oder wie? oh, dancing dancing swords hätten wir auch noch am start ok die machen wir weg diese miesen Hunde ja, ich könnte mich auch einfach hochheulen genau, machen wir das so heilen wir uns mal geschwind kommen halt anders nicht rein ich muss die ja, das ist das Problem wenn ich sie eintrete sind die dran, glaube ich wenn ich das Ganze anders machen würde das heißt, wenn ich die Diebe dabei hätte könnte man hier zum Beispiel mitnehmen kurz dann müsste ich wieder nach Sandcaster das ist, äh, äh könnte man da mal machen das heißt, man holt sie sie knackt das knackt das Schloss und danach wird sie sofort nach Hause geschickt ist dann wieder in Cancel View und danach kann ich naja, kann ich loslegen ich halte mich mal komplett hoch ich hab da so ja, so ein Gefühl ja, so ein Gefühl dass es besser ist wenn ich mich wirklich komplett hochheile als wenn ich hier so rum Kasper so, Huni ist glaube ich noch drin, oder? ja, vier Stück dann haben wir viel Energie 480 bei uns, ne? maximo more 81, ok äh, ja sind wir immer noch ge... ach, es ist schon morgens jetzt mal... jetzt der... ne, der... der... der Schutz der Magie-Schutz ist weg ne, immer noch da warum? ah ah ich hab mich ja gar nicht gepustet weil ich es nicht brauchte ich verstehe hm wenigstens Heroism aber ich weiß halt nicht ob das was bringt oder nicht aber ich nutze es einfach mal so, wir haben Dancing Swords und wir haben... Feuerbälle Feuerbälle wenn sie alle drei getroffen werden ist super, wenn nicht Pech ja und zwar ganz genau das und die springen wieder ins Gesicht die Kollegen ich kann also nicht, äh ich hatte es schon gespeichert, oder? ja gut, boah ich dachte ich muss den ganzen Kack nochmal machen oh man sind das viele oder sind das viele? ich würde mal sagen das sind sehr viele äh Gem of Fireballs Vollgas oh der Kult Anhänger ist hier äh ne der Kult Führer ach Gottchen aber es sind alle möglichen noch hinter ihm Dancing Swords Vollgas hoffentlich hilft's so Chef oh man, viel zu viel von allem nein, 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 nein der hat mir was zugedeckt ach, das ist auch wieder das ist auch wieder von Arsch Party Mall Under Dealer super Ding toll Gold Latschen toll Elektro Shit jetzt hat er was Gutes ersetzt aber kein einziges benutzbares Ding kein Accessoire ne, das sind Accessoires das sind ja die Misk Items Miscellaneous okay ich sag mal egal wir sind durch ist alles das Zelt wir müssen ja diesen Moment, wurde einer gefangen genommen? ne, irgendwas anderes war hier, oder? aber was war hier? ach Dreyfus, genau Hi Priest of Mok Moment, der war doch unten vielen Dank für deine Hilfe in der Kampf gegen die Heretics Ours ist die wahre Religion und Mok hat sich mit den Rechtlichen Sie werden sicherlich in der Nachwuchs ja, der hat bedankt sich auch für die Hilfe gegen die bösen Heretiker und ihr ist natürlich die wahre Religion und Mok hat sich mit den Rechtlichen okay also ich werde im nächsten Leben werde ich auf jeden Fall belohnt and have earned our everlasting gratitude die ewige Dankbarkeit für eine halbe Million Erfahrungspunkte Geld und Edelsteine na gut dafür dafür tun wir so ziemlich alles nochmal ein paar ja gut sehr, sehr schön jetzt da gehts auf die Wolken zu den Wolken ich muss mal gleich mal was testen ob ich zum Olymp komme wenn ich mich da hinbeame vielleicht mit Day of Sorcery zuvor so, aber hier oh, wieder sowas mit du alterst cool und refreshing ja cool ja cool und hier auch cool und hier auch cooles Wasser oh, stimmt The Golden Pegasus Statuette sehr sehr gut und auch nicht zwei Energy Discs perfekt wir hatten drei jetzt haben wir mehr als drei mhm Gegenstände Quashed Gegenstände zack zack 5 Energy Discs sauber jetzt kommen wir vielleicht in den Keller jetzt gehts in Schloss Kalindra weiter sehr gut jetzt als erstes muss ich das testen mit dem mit dem mit dem Olymp wem war ich das? hm speichern so haben wir noch Sauerkraft äh, ein bisschen Sauerkraft ist noch drin äh, Tonbordel ich muss wahrscheinlich fliegen und wenn das nicht klappt oh muss ich auf jeden Fall vorher Day of Sauerkraft zaubern damit ich schweben kann Tonbordel jawohl nach Olympus oh aber direkt hier wo sind wir denn da? ja, wo sind wir denn hier? mitten in der Wüste C2 ahja, dann können wir es ja auch mal abmessen Moment oben C äh, das 2 also sind wir quasi östlich von nekropoles geendet also mittendrin statt nur dabei brauchen wir auch nicht ja, aber das wollte ich nicht ich will das nicht nein heißt nein aber kann man schon merken da ist eine dieser sogenannten äh, Protection Gin äh, Lampen so, Townbordel jetzt ach, wir haben wir haben wir einen Pass? Moment äh, Gegenstände nekropoles lakeside sandcastle and castle you ja, shit aber wo sollen wir denn daten aufliefeln? das geht doch gar nicht, oder? geht doch nicht so, hier sind wir auf jeden Fall oben regnet uns das irgendwas? Kalindra, Schloss Kalindra ja, hier sind wir fertig Schloss Kalindra ist im Süden so, wieviel Lebensenergie haben wir? 136 also ein Werzer Sprung aus den Wolken zack was soll schon passieren? was soll schon passieren? ich muss eigentlich sie wieder mitnehmen äh, ich glaube sie muss mit am Start sein, ne? sie kann dann wahrscheinlich wieder hm Problem ist, dass sie Erfahrungspunkte braucht weil sonst kriegt sie die Sache nicht auf ach komm, wir machen wir gehen einfach so da rein was soll das denn? ja, bitte rein eine schöne Melodie so, wir haben doch immer nicht den Vogel gefunden aber wir kommen wir kommen nicht in den Keller, okay aber wir kommen in den zweiten Stock die Frage bin ich eigentlich sehr dumm oder nur ein bisschen? okay okay Moment äh, das funktioniert nicht ich komm da nicht rüber da brauch ich den Sprung Ding okay, das ist jetzt nicht so gut hm ich muss hier runter oder? überlegen ich muss ähm ich muss zu Ellinger ja ach, ich hab doch wir sind völlig verblödet oh, noch Beacons ich hab doch da im Turm gespeichert äh ja Ellinger Tower Liefel 3 ach okay, ist doch kein schlechter Punkt ja, ich hab schon gedacht, wir sind ähm irgendein Zeitplan hinterher aber nicht äh, weit gefehlt ja ja, wir sind genau in der Zeit wir sind sehr, sehr, sehr nahe zu bringen äh, das letzte der Kastel zurück in unsere Welt nur fünf Disks wir werden das es gibt noch Zeit um Alamars Plan 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 ja, wir sind so kurz davor die, das Schloss in unserer Welt zurück zu bringen nur noch fünf weitere Energiedisks dann dann haben wir es dann haben wir es auch schon, ne? finde ich auch gut hat lang genug gelitten lang genug gelitten haben wir Entschuldigung, lang genug gelitten haben wir so so, äh, wir müssen schauen, ob wir irgendwo mal trainieren können das kann doch nicht sein wieso kann ich nicht mehr trainieren? wieso ist Sandcaster so ein so eine Lappenstadt? Lapp? das heißt Lapland äh, wir müssen gucken, ob wir vielleicht irgendwas zum Aufladen bekommen was wer kann denn hier machen? sehe alles, was du magst nein alles ist Schrott äh, One of Toxic Clowns das hat auch geholfen gegen die Viecher aber der Schaden wäre wahrscheinlich vielleicht nicht hoch genug gewesen hätten sie mir vielleicht aufs Mäulchen gehauen man weiß es nicht so, Electric Belt ist auf jeden Fall totaler Stuss glaube ich Moment Elektro-Electric ist oh, plus 20 ja, die sind alle mittlerweile schon nicht mehr schlecht Radiating ist Energie Poison ist das Gift brauche ich jetzt gleich und Electric Belt ähm Electric Belt ist ähm ja Elektro mein Gott aber kein Müll äh komm komm weg ich kann es nicht mehr sehen Gold kann weg Splashing kann weg Scorching ja, das ist wieder Scorching Feuer Feuer äh Scorching ist das Maximum 50 achso, stimmt ja wir wollten ja schon äh schon wieder nochmal den Kamm wir können jetzt irgendeinen Lappen mitnehmen fällt mir da gerade mal so auf wir können irgendeinem Lappen die ja Wander Dings geben wie ist das? Pathfinder, genau dann können wir mit irgendwem durch den Wald können wir wieder zum Bark können wir den Bark nochmal versuchen aber wird langsam auch langweilig ne immer den verkackten Bart ne ich Bart den kriegen wir doch klein oder? erzählen wir doch nix aber 40.000 ist eigentlich machbar und langsam nervt es mich dass wir den nicht kaputt kriegen diesen diesen miesen Sack mich nervt aber auch dass ich das Feuerding weggegeben habe wir hätten doch noch mehr was haben wir denn für Werte ja komm hau ab kann man den vielleicht einschläfern das wäre natürlich auch nett äh 110 110 110 dann haben wir 160 sehe ich das richtig ach Waffen verkaufen das ist doof ich sehe eine Menge ich sehe eine Menge ja thermale Pike toxische Pike äh ja ok komm zurück nö sehe ich überhaupt nicht ein sehe ich überhaupt nicht ein hier nochmal wieder zu kommen in diesen verkackten Laden so Scorch 140 plus 53 level wenn ich das ja sagen wir 190 bei 190 wir haben eineinhalbtausend und wir haben jede Menge Zauberpunkte können also immer wieder mit Power Cure uns hochheilen ich will jetzt mal wissen wie viel das ist ich immer wieder achte ich nicht drauf achte ich nicht drauf achte ich nicht drauf ich habe das Schlaube Buch nicht auf deswegen nicht kaufen obwohl revitalize komm wir wollen mal revitalize Boop Good one Good one Awaken bringt doch nicht viel wenn wir der einzige sind weil wenn es uns nicht mehr gibt hm Spell Info auf Power Cure 9 hier ist der Charakter hier 2 bis 12 pro Level das heißt wir haben 50 also 100 bis ja 600 also eigentlich können wir uns wenn wir Glück haben wieder 2 Hälfte hochheilen und dann gehts grad weiter so Naja's Cure waren 25 jawohl Spell Info ja müssen wir wieder Hausaufgaben machen wir haben die Hause jetzt nicht gut gemacht Increase the temporary level of character by 1 per level of the Caster das heißt wenn ich Heroism zauber dann ist auch meine meine minimale Heilung besser ist ne das heißt dann ist Heroism bin ich auf 1 per level das heißt ich kann jetzt um 50 hoch dann ist meine Heilung nicht doppelt so gut bin ich ja quasi temporär Level was weiß ich oder spielt das da keine Rolle ich weiß es nicht Beastmaster ist super Hypnotize a group of monsters into stillness until they overcome the spell ja 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 so ist das so jetzt die Frage wo gab es den also 2 bis 12 wie es mir wie es mir immer schon gewünscht hatte hello ah Idee good luck good luck good luck jawohl wir schnappen uns den den Waldmann Butker Mushroom Mushroom denn der hat als Skill Pathfinder jawohl gut Uhrzeit Krebs äh noch Zeit 8 Uhr gleich ist Nacht macht aber nichts ähm ja und ist auch relativ nah dran genau da ist es so wir machen ein Schläfchen und ähm der kann den schicken wir nach Hause war nett ade ade was du schaust an go on in so machen wir Licht an dann machen wir gleich Licht aus und Ton an so jetzt speichern wir auf äh neun ja und sagen da Baki so und hier sind wir wieder hier sind wir wieder mal aber es geht ja relativ schnell wir wissen ja wie es dem Weg kennbar ja der ist immer schon ein zweimal gegangen deswegen geht das relativ fix so und schon sind wir beim barken denn das muss doch zu schaffen sein oder ja da wäre ich langsam echt fuchsig wenn das nicht klappt äh wir bräuchten nur komm wir glauben dass es besser ist oder weiß ich nicht protection from elements 50 50 mal feuerresistenz ah der stinkende bark oh nein oh nein oh nein die feuerresistenz draußen vergessen die feuerresistenz draußen vergessen so nämlich er nimmt einen schluck er nimmt einen schluck er hätte noch was anderes nutzen können ach ja die plus 10 auf alle stadt warum habe ich hier jetzt gespeichert ich habe das nicht gespeichert oder oh man also langsam langsam aber sicher äh kann man kann man schon mal den verstand verlieren also wir müssen laufen ganz nach hinten richtig hier fangen wir nämlich an so wir machen ein nickerchen ja wir beten kriegen plus 10 auf alle unsere statistiken haben wir noch Zeit uh eng wird's ja jetzt haben wir die fette plus 50er resistenz macht man ja eigentlich immer so ne bei diesem spiel wie spät's oh man halbe dach noch ist egal jetzt machen wir den ohne woher du schaust in so den können wir nach hause schicken war nett mit dir aber wir brauchen dich hier ganz sicher nicht so jetzt ist die musik ja mal wieder leise aber das soll es jetzt nicht weiter stören ich kann jetzt schon mal überlegen was machen wir denn soll mir heroism vorher zaubern oder nicht wir dürfen wir auf barki mal gespeichert wieder machen wir gleich barki ja ja bell mich nicht voll du sollst nicht bellen so speichern als 9 barki jawohl ja barki halt also der protection nein wir brauchen protection from elements so was hat das da jawohl euer euer 190 also langsam wird's lächerlich wenn das jetzt nicht dann langsam mal machbar ist wobei man könnte sich ja noch viel mehr in die tasche stopfen das ganze hm radiating scorching belt ja wir sind ja schon gut dabei von daher so was brauchen wir was aber brauchen wir noch ach ja ich würde sagen wir machen holy also wir treffen sowieso immer holy bonus muss auf jeden Fall drin sein holy bonus oh massen ding mass distortion das können wir mal testen genau so barki es geht wieder los wir sind wieder hier 1400 und wir sind zuerst dran sauber bitte triff ich hoffe es hat ja es hat getroffen er ist nämlich nicht mehr jetzt hat er nur noch die hälfte jetzt hat er nur noch 20.000 er hatte nämlich 40.000 oder ja äh ok schauen wir mal und hoffen auf gute würfel würfel das kann ich einmal einsetzen ok er hat mir 18 abgezogen ist das richtig ja das ist richtig komm weg jetzt ein bisschen mehr jetzt sieht man etwa immer 100 ab das ist gut das ist wahrscheinlich so um die 13 schläge frei ok 500 hätten wir noch 500 noch was 550 sagen wir etwa oh man das hat mir nur 150 gebracht hier angriff vielleicht überlebe ich noch ok ich habe nur noch 300 what kannst du bitte sterben 300 habe ich noch 216 216 216 216 216 ah ich bräuchte schmuck der power cure gibt ist work Da ist wenn sich diesen das ist ich würde gerne wissen wie viel lebensenergie er noch hat aber ich glaube das wird mich das kostet mich eine gute runde 74 zauberpunkte problem ist es gibt also das beste hinter power cure ist halt leider nature's cure oder es gibt uns ein fixer betrag immer 15 ich habe halt nichts was dazwischen liegt ich habe die mage branche habe ich abgelegt sondern nur 13 dann hätte ich jetzt quasi noch 83 das hilft auch nicht weiter und weg rennen vor ihm kann ich glaube ich auch nicht um mich mal kurz wieder auf zu pumpen 25 er macht mehr schaden als ich dann gegen heilen kann das lohnt nicht 142 jetzt macht er massiven schaden das gibt es doch einfach nicht dieses verkackte scheißvieh und wenn ich aber ich bin noch ein schwach kopf vor dem herrn ich habe hier tatsächlich ich habe die gegenstände ich doch benutzen können ich glaube man kann ich glaube ich bin noch ein Angeles aufs ich bin noch nicht So, das Mikro ist aus. Ich weiß, was vorher aus war. Wir haben es gefeiert. Ja, Barki ist tot. Der stinkende Barkenmann, der Borkenkäfer, äh Barkenkäfer, ist tot. Und diesmal so souverän platt gemacht. Wir haben ihn jetzt zur Hälfte runtergeknüppelt mit dem Zauber. Und er hat uns dann nur 600, nicht mal 600 Punkte Lebensenergie abgenommen. Wir hatten noch 826. Und wir haben uns ja 150 Punkte. Also diesmal waren Kinder leicht. Ich verstehe es nicht ganz. Wir haben angefangen mit Mass Distortion und dann draufgeknüppelt. Aber vielleicht hat es das letzte Mal einfach nicht ge... Aber doch, es hat funktioniert. Weil da stand ja... Der Name war ja nicht mehr grün, sondern gelb. Also hat das offenbar gewirkt. Gewirkt. Okay. Okay, 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 okay. Also das hat geklappt. Bitte sei in der Lage zu öffnen. Unable to pick the lock. Also ich finde das irgendwie für den Arsch. Können wir die anderen jetzt mindestens öffnen? Also seine Truhe ist nicht öffenbar. Müssen wir noch Sandcaster und die Holde mitnehmen. Halt, wo gibt es denn die? Wo waren die, Schatz? Ja, Mann, die sind noch direkt. Und Bruchtraum. Bruchtraum. Er ist doch tot. Ach, ein Treasure. Ach, ich habe immer gesagt, es gab noch Schatz... Äh, Schatztrohnenräume, oder? Oberhalb vom Eingang. Ne. Warum vielleicht? An den Ästen hängen. Treasure Room, ja. Also... Die hätten sich jetzt aber auch wirklich mal öffnen, oder geöffnet lassen können, oder spielte ich mir das ein, dass das... Ist das wirklich zu viel verlangt? Ach, jetzt ist die Musik gleich wieder so kacklaut. Aber ich möchte wissen, was da drin ist. Das... Das wird jetzt gemacht. Wurde, ich laufe noch. Ich komme hier nicht mehr raus. Bin ja im Wald gefangen. Mhm. Mhm, 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 mhm. Stattportal nach Sandcaster, da ist unser Holde. Ja. Gute passen? Ja. Okay, geh an. So, jetzt ist es wieder... ...still angesagt, aber ist jetzt wurscht. Auch komisch, ne? Hallo, adventureier. Good luck. Hallo. Nette Gesellen. So, Robberine mitkommen. Es gibt Arbeit. Haben wir denn... Aber wir können auch direkt die Sachen verkaufen. Diese Goldhandaxt. Natürlich totaler Schrott. Der totale Schrott. Oh, Incandescent Battle Axe. Sowas ähnliches hatten wir doch mal am Anfang, oder? Insect Repellent First Aid. Ja, in Sandcaster finde ich erste Hilfe. Die was 1 bis 4 oder sowas heilt? Richtig gut. Naja. So, wir verkaufen... ...irgendeine Waffe, die... Gold in der Handaxe gibt mir 200? 100? What? Ja gut, das ist... Gold, aber 200? Sind die ein bisschen hart? Oh man, die hat schon wieder... Okay, Sonic... Sonic Helm... Thermalhelm ist besser als Sonic, oder? Wir schauen mal ganz kurz. Energie. Thermal. Sonic ist zwar besser. Da kommt Power... Ah, ein Power-Dings hat es auch noch. Thermalhelm. Da kommt der Sonic Helm halt in den Müll. Kinetic Shield ist super. Kinetic ist auch da, ne? Und Goldring hat es auch noch. Den Power Ring. Energy Power Ring. Power ist super. Thermal. Kinetic Shield. Radiating. Haben wir auch noch irgendwie als Gürtel oder sowas, ne? Ja gut, dass ich... Ich hab den nicht ernsthaft vertickt, oder? Radiating. Wieso verticke ich Schwachkopf denn etwas, das ich noch brauche? Oder war das gar nicht? Ach, Radiating Belt. Okay, hat sie erledigt. Dann könnte Scorching Belt eigentlich weg, oder? Weil Feuer... Ja, wir lassen ihn mal an, weil wir müssen auch in die Kanalisation runter. Und im Nordwesten, da ist auch noch Feufeu. Gefährlich, gefährlich. Sealing Charm. Scheiße, die hätte ich auch noch anziehen sollen. Oh, Idiot. Was wäre das Sealing gewesen? Sealing, Feuer, 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 Sealing... Ja, nur plus 20. Dann wären wir bei über 200 gewesen. Dann hätte er mir gar nichts mehr dran können. Der hätte ihn einfach so totgeschlagen. Ah, es ist auch eine Crocs hier. Dünner, Elektro, ne? Scheiße auf Elektro. Waffe, Dünnerdägger, tschüss. Die kämpft sowieso nicht. Nun gut, jetzt kann ich mir drei hier von... Ja, da gehen noch zwei. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen eng. Viele Waffen werden es wahrscheinlich eh nicht sein. Äh, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Daily Sorcery haben wir hier. Daily Sorcery haben wir da. Aber was kann davon weg? Was weiß ich? Äh... Ich muss wieder... Ich muss doch keine Ladung stehen. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Ja, gut, dass ich die nicht weggeschmissen habe. Die sind nämlich zehn. Sie verkauft Daily Sorcery. Da sind nur fünf drin. Äh, Blessing... Energy Blast... Ja, die brauche ich ja für die... Für die Gegner. Äh, Celebration brauche ich noch. Wand of Death. Komm, die haut jetzt Sorcery und... Und Wand of Death weg. So, ihre Daily Sorcery kann weg. Und Wand of Death. Wie gesagt, ich... Ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich weiß nicht. Ja, sonst hat er nur noch... Nur noch... Son steht da nur noch... Scheiße, wie es immer so schön hieß bei Risen. Also Barky ist doof. Jetzt wollen wir mal... Den Barky ausräumen. Oh, da können wir mit ihr eigentlich auch in die... In die Wüste marschieren, oder? Wo ist denn die... Nach ganz im Osten? Ganz im Osten. Ja, da ist er. Hm, überlegen. Ja. Gefunden. Ja, von Affen. Der Affenmann war es, ja. Der Affen... Ich könnte aber ins richtige Dunkel entlatschen, oder? Ja, war nur ein Test. Um zu sehen, wer auch noch da ist. Aufpasst. Was schaust du an? An dich. Geh mal rein. Licht. Es werde Licht. Und es ward. War das nicht so? Die Lehren des Barkmann. Und Bark sah, dass es gut war. Ja, ja, der Bark. Der ist halt... Halt rum. Im Stockwerk geirrt. Passiert. Der war... Der war nicht schlecht. Auch hier. Ein Kapitel geht zu Ende. Und es bellt keiner mehr. Ja, sehr gut. Dann gucken wir erstmal, was der Chef hat. Mhm. Mhm, 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 mhm. Öffnen. Sehr gut. Chainmail, Blademail, Scalearmor. Dünner, Blademail. Obsidian. Okay. Obsidian Chainmail. Ist das besser als Sapphire Platemail? Ich glaube nicht. Obsidian Scalearmor. Okay. Opsi, Opsi, Dünner. Okidoki. Dünner ist ja eh nur Elektro. Das heißt, es wird ausgetauscht, wenn man das nächste nimmt. Ist sonst noch was dabei gewesen? Stealingsharm. Ne, leider. Die zwei Leute können den ganzen Müll nicht mehr tragen. Hervorragend, sag ich da mal. Mh, die Powering kann ich eigentlich eh mal geben, ne? Äh, nein. Noch nicht. Hier kommt erstmal sie. Genau. Sealing. Sealing Charm. Braucht man es wirklich noch? So, Waffen haben wir leider keine bekommen. Ja, ist ein bisschen schade. Wir bekommen so viel Müll, aber keine, äh, keine guten Sachen. So, jetzt mal gucken. Er hat 65er Panzerung. 65er. Ach ja, nee, das ist eh Quatsch. Scorching Platemail kann dann eigentlich auch weg, oder? Ja, wir haben es auch noch vielleicht mit Drachen zu tun. Ich sag mal 58. Äh, ich sag mal, wir lassen es mal. 82. Das ist der, den wir haben. Der Saphir Plattenpanzer. Der wird wahrscheinlich alles andere in den Schatten stellen. Aber Obsidian ist halt Obsidian, ne? Ich hab den... Moment, ich hab vergessen, was wir hatten. 82. 84. Sauber. Ist schon mal besser. 84, hieß es, ne? 82. Okay. Das war so gut wie... Gut wie tot. Ach so, ja. Dann kommt die 8 weg. Können wir der Hollen geben. Oder den Hühnern. Äh, was hat die denn an? Gold Ringmail. Das ist der Talersport. Obsidian Scale ist das Beste. Das kann sie mal anziehen. Oder verkaufen sie und kriegen Fettkohle. Mal gucken. Ähm. Genau, das kannst du... Das kannst du mal ihr geben. Und du selber ziehst die Obsidian... J-Mail an, ja. Das ist das Beste, was wir haben. Jedenfalls panzerungstechnisch. Gold Ringmail. So. Gold Ringmail. Sapphire Plate Thermal. Okay. Oh Mann. Gold Ringmail. Verdammt nochmal. Eigentlich müssen wir verkaufen gehen. Eigentlich schon, ne? Weil Gold... Ich brauche sie auch zum... Zum Leveln. Sollen wir das wirklich? Komm, wir verkaufen einfach alles, was wir... Was wir jetzt nicht anhaben. Sozusagen. Gehen wir es mal kurz verkaufen. Ja, ich... Ich laufe jetzt tatsächlich mal in die Stadt. Auch weil die Musik... Weil sie gerade mit am Start ist. Ist das ja... Ist das ja egal, ne? Hier geht's raus. Genau. So. Schlossblick ist ja gleich um die Ecke. Und weil die Musik eh gerade... Aus ist, können wir das ja... Lugizugel machen. Okay. Geh'in. So, das... Den Luxus gönnen wir uns jetzt einfach mal. Äh, ja. 100 Leck mich am... Ja, was hat Plate Armor? Saphir und Plate Armor zusammen. Das ist halt einfach nur krank, was der Preis ist. Ja, okay. Gold. Ja, auch nett. Scorching, Splint Mail. Behalte ich mal. Dann habe ich eins mit Feuer. Scorching war das Beste, oder? Feuer. Jawohl. Plus 50. Falls noch irgendwas Feueriges auf uns zukommt. Aber das meiste wird wahrscheinlich eh, ähm... Sag mal... Energetischer Natur sein. Deswegen soll sie der Thermalhelm hier zum Beispiel, den sie auch anziehen kann. Lucky Shield. Glück. Weißt du was? Weg. Wir haben echt keinen Platz oder sowas. Natürlich könnte man sich jetzt einen dritten noch nehmen, der dann die... Den Sack voll bekommt mit Tragezeug. Könnte man auch mal machen. Also alles was so ein bisschen... Ja, zum Beispiel einen nehme ich Thermal. Und lacht den halt voll mit Thermalzeug. Das ist meine... Meine Wandelnden... Möchte man wirklich machen, oder? Weil das ist... Langsam wird es hier lächerlich. Lächerlich, dass ich nichts tragen kann. Machen wir doch einfach mal. Folge schon lang rum. Hallo, Invent. Good luck. Dann haben wir die... Den Schluss hat irgendwie Itemmanagement oder was weiß ich. Seymour... Zippo. Ja, noch so eine... So eine Räuberin. Ähm... Ja... Nehmen wir die Rebecca. Die hübsche Rebecca. So, die wird jetzt komplett ausgezogen. Aber es ist nur zu ihrem Besten. Äh, diesmal ist ja was Kleriker, ne? Rebecca the Kleriker. So, das wird alles ausgezogen. Dann machen wir gar nicht lang rum. So, dann verkaufen wir ihren ganzen Schrott. Und dann ist sie jetzt unser Endlager. So, wir verkaufen alles, was sie hat. Wow, für 125 ist das natürlich krass. Komm back soon. Okay. Ähm... Dann laden wir die gute voll. Scorching. Hm. Wo das doch nur die... Genetic... Thermal und so weiter. Ja, ich würde schon sagen. Muss ich mir halt merken, dass sie das ganze... Das ganze Zeug hat. Und die andere... Die ist halt nur Deko. Okay. So, Waffen brauchen wir nicht. Aber hier... Poisonous. Ja, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal in den Norden. Bisschen... Ähm... Zeitenwechsel. Seething. Poisoning. Seething. Ja. Ja, komm. Scorching. Ne, wir haben noch die... Necropolis. Na, egal. Wir haben noch einiges zu tun. Wo wir hingehen, ist eigentlich relativ... Wurscht. Ach, da könnten wir dir auch mal ein paar Sachen... Hier, diese Misk-Sachen geben, oder? Aber was kann die da benutzen? Hm... Keine Ahnung. Ja, noch können wir ja was sagen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder was. Heißt, sie kommt weg. Können wir mal merken, die gute Rebecca... Die trägt jetzt, äh, unser Zeug. Also, wenn wir die... Ich sag mal, wenn wir die besten Sachen finden, irgendwie... Oder, ja, so die letzte... Stufe. Irgendwie sowas, die Dainer, oder... Kryo, oder sowas, ne? Oder Noxious. Dann, ähm, drücken wir das der in die Hand. Wobei, vor allem Energie. Ähm, ist das, was mich interessiert. So, jetzt müssen wir nochmal in den... Bark, äh, Dungion. Und Bark, Dungion. Da, äh, alles klar. Da räumen wir die... Ich hoffe mal, ich habe das gerade gespeichert. Ähm. Schaut, wie gesagt. So, eins kommt weg. Eins kommt weg. Eins kommt weg. Accessory. So, sie trägt nichts... Sie trägt nichts mehr. Und die dürfen jetzt mal... Ihren ganzen... Brust... An ihr auslassen. So, zack. Kommt alles weg. Und da haben wir auch gesagt, das kommt alles in ihren Rucksack. Und auch das... Halt! Mäusen ist nichts. Das brauchen wir noch. Hm. Ja. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. So, ich weiß auch wieder, warum der Weg... Warum der Weg, ähm... Ich sag mal, nicht beleuchtet war, beziehungsweise nicht aufgedeckt. So. Was are you looking at? Go on in. Go on in. Ich fange wieder auf Barky. Und dann wollen wir noch mal sehen. Sparky. Wollen wir noch mal sehen, was wir hier Feines finden. Es gibt hier noch die... Geruchträume. Äh... Ja, soll ich wieder kurz verwirrt? Die sehen irgendwie... Manchmal ziemlich ähnlich aus, ne? Hat eben diese Sprengbrunnen. Hier ist gleich ein Grün. Und, äh... Weiter Süden. Im Süden. Unter dem... Unter der Rinde bei Barky. Barky, da war das genauso. So. Oberhalb haben wir gesagt, oder? Ja, irgendwo in den Blättern. Oben und dann unten. Oder wie? Ja, wo ist es denn? Ne, oben oben. Okay. So, bitte... Sei was Gutes. Okay. 25.000 Party Gems. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt zaubern. Bis ans Ende aller Tage kann ich jetzt die Magie wirken. Oben. Das sind die Früchte. Die sind Edelsteine. Okay. 2 Millionen Gold. 2 Millionen Gold und 25.000... Okay. Also ich sag mal so, beschweren werde ich mich erstmal nicht mehr. So. Jetzt die Frage. Liefern wir sie wieder ins Sandcaster aus, oder? Ja, ne? Gut. Damit sind wir hier durch. Und können zurück. Ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen... Ah, im Moment. Halt, hat das jetzt schon gegolten? Scheiße. Äh... Ich glaube, ja, ne? Ja, komm. Äh... Obwohl. Ne, jetzt machen wir es komplett händisch. Jetzt ist die Folge eh schon für den Arsch, würde ich sagen. Ja, schon lang keine laute Musik mehr. Und laute Musik, ja? Leise ist scheiße. Hat ja mal so eine Band gesagt. Geschrieben, gesungen. Was auch immer. Ja, damals erst mal so noch hören konnte, weil man es nicht so ganz gerafft hat. Aber heute ist man ja schlauer. Also, sie... Ne, ich schrauch sie. Was wollte ich denn hier eigentlich? Wieso bin ich jetzt hier? Achso, zur Bank. Ja. Okay. Wieso in Sandcaster keine... Oder gibt es da doch eine Bank? Ich glaube nicht, oder? Milken Savings. Ja, es wird safe. Ja, es wird safe. Soll ich sagen, mal 25... Nein. Edelsteine. 200, 500. Vielleicht? 200, 500. Gold, ähm... Äh, eins. Ich meine... Halt! Äh... Äh... Boah, immer noch... Hm. Wir schmeißen mal, äh... 41.383 weg. Aber noch 55... Ach, 750 ist das. Ups, ist wirklich ein bisschen viel. Äh... 50.000 reicht für ein paar Level, aber nicht für, wenn wir loslegen. Pass mal auf. Machen wir es so. Machen wir es so. So nach 200.000. 500 Edelsteine. 2 Millionen auf der Bank. Okay. Okay. Das heißt, wir können... Wir können... Wir können eigentlich... Wieder zurück nach Sandcaster, oder? Hier sind wir soweit fertig. Genau. Können Sie aber merken... Got a pass? Okay. Go ahead. Danke. Gut. Sie können sich mal merken, dass sie... Falsch. Dass sie... Die andere, die Klerikerin jetzt... Hello and good luck. Die ist jetzt unsere Brau für Elektro. Halt. So rum. Ja, also wenn wir nicht Elektro, sondern Energie. Wenn wir ein Problem mit Energie haben, ja, Energiekosten und so weiter. Man kennt das ja, wird immer lustiger hierzulande. Aber das ist ja egal. Denn... Egal ist nicht, aber... Ja. Das war auf jeden Fall Barky. Halt. Können wir es mal richtig speichern. Das war nämlich die 18. Der Folge. Heute wieder ein bisschen länger. Vielleicht schneide ich ein bisschen was zurecht. Mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Wie es ist. Ja. Beim nächsten Mal gibt es mehr von Dark Star of Zin. Dann auch wieder mit lauter Musik. Musik. Ich würde sagen, wir gehen danach mal in den Norden und schauen uns ein bisschen das Eis an, oder? Ja. Wäre eine Idee. Ansonsten gibt es wieder Wüsten-Action. Oder wir machen in Nekropolis ein bisschen so die... Ähm... Können wir gucken. Genau. Ganz im Norden. Das haben wir noch gar nicht alles gemacht. Dann haben wir die Wüste noch. Und den Nordwesten. Zumindest in Nekropolis. Und den Greifenpass. Wir können es ja mal mit Greifen anlegen. Das war auch nochmal eine Idee. Die haben wir schon mal kennengelernt. Haben uns das mit drei Schlägen aus dem Latschen. Eintreten. Das war aber vor 30 oder so Leveln. Deswegen... Na... Wäre eine Idee, dass wir da jetzt mal zurückschlagen. Na... Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Der gute Halbort Paladin kämpft sich durch Zin. Ich danke fürs Zuschauen. Und sage bis zum Ende. Dann... Ciao, ciao.